Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, King of the Hill. Ey, was schieß ich? Ich habe meine berühmte Waffe wieder. Da kommt was Schönes. Ja, was, was ich nicht mag. Das Schöne ist, ich habe nichts wirklich Starkes. Das Schöne ist, ich habe was für diesen einen. Obwohl, ich könnte eine Tarantula rüberschießen und hoffen, dass mal irgendwas trifft. Komm, jetzt mach doch was. Warum mussten die Godwaste genau jetzt so krass federn? Ich habe aber geile, ich hätte es koppen. Ich habe genau so eine Schussbahn. Schnieperr. Wenn ich Glück habe, töte ich ihn. Wenn ich Pech habe, kriegt der K. keinen Schaden. Weil er schießt jetzt ein Kleeblatt drüber. Auf Kleeblatt vertraue ich es dumm. Pinger. Trevler. Trevler. Seit wann treffen die? Also jetzt nicht der Trevler, sondern der Pinger. Seit Baum. Komm, bitte. Ja, 220er, Crit. Soll ich ihn holen und du gehst auf den anderen? Weil ich habe ihn safe. Du gehst auf den anderen. Der eine ist safe tot. Ich habe das erst mal Glück damit. Tschau. Ich bin tot, ne? Ich weiß. Jetzt hat er keine Leiden mehr. Von dem habe ich sogar die, wahrscheinlich die Flugbahn, soweit ich weiß. Also ich kann ihn erst mal einen Digger in die Fresse holen. Dann gebe ich ihm einen Digger. Kann ich's nicht. Du könntest auch mal im 45 Grad Finkel nach rechts schießen. Ne, ich hatte aber seine Flugbahn. Digger. Hast du jetzt auch? Nicht mehr. Mit der Granate vielleicht, aber ich habe keine. Ich bekomme nie Granaten. Ich hatte, äh, ich hatte mehrere Waffen, die safe finden können. Also ich habe zum Beispiel den Panzer und den Hopser. Panzer? Achso. Mario. Ja. Islander, ehrlich. Der hat keine Fokalte getroffen. Disco. Disco, Pogger. Schießt du überhaupt darüber? Nö. Ich mache es so. Nein, ich wollte das Portal. Um eventuell ihm sein Gesicht zu landen. Wenn du dir jetzt meine Waffen holst und dir den Schockpanzer holst, kannst du ihn safe tun. Und wie viele Runden soll ich warten? Der Panzer, der geht durch die ganzen Map. Ja, und wie viele Runden soll ich warten, bis ich bei dir bin? Ich glaube, zwei, drei brauchst du maximal. Overcharge, ich brauche Level. Ich würde lieber Fortify nehmen. Brauche ich nicht. Ich will mehr Damage machen mit Overcharge. Das ist viel Damage. Komm, hol die dir. Das muss jetzt sein. Geisterbombe. Ja. Mit W-Damage. Jetzt schon ein bisschen weiter fliegen können. Aber so hätte ich das Double Damage nicht bekommen. Und er schießt dringend in mich rein. Nein. Und? Du hast zumindest den Hopster, aber schieß ihn erst nächste Runde, weil das ist ein Portal. Ich würde wirklich einmal Fortify machen. Was für ein Hopster? Ach, den Bauern da. Ja, ich will den jetzt nächste Runde schießen. Warum hast du nicht direkt drauf geschossen? Lass mich. Damit kannst du einfach rein, Heimann. Der trifft safe. Ich weiß, dass er safe trifft. Außer er kommt unten an den Berg. So. Diesmal habe ich es nicht verpennt. Man! Nimm den Kack hier weg! Ja! Lass den Kack da, weil wir hier nicht hochkommen. Ich habe Platzangst. Niedler und mich streifen. Komm, meine Drohne. Sie hat das Ziel gewechselt in der Luft. Ich dachte schon, ich hätte sie rausgeschossen. Das geht nämlich. Ich weiß. Da steckt eine Scheiße über mir. Ja, jetzt müssen sie auf dich gehen. Ich glaube, die treffen mich nicht. Ich stehe zu beschissen dafür. Ich habe bei dem einen wieder das Gefühl, dass er irgendwie so eine Kacke wieder nutzt. Treibsand! Niedler! Bitte! Mein Niedler trifft wenigstens. Nicht so wie deine Kack. Hä? Was willst du? Ich habe einmal getroffen. Wow! Drei Schaden! Schaden! Das ist der längste Winkel, den ich von diesem Kackding ausschießen kann. Lass mich! Ich schabe in eine neue Waffe. Yay! Weißt du was? Asteroiden und volle Lutsche in den Berg rein. Kannst du bitte die Berge vor mir auch entfernen? Kann ich nicht. Ich kann nur meinen treffen. Entferne aber meine als erstes. Ich muss hier rauskommen. Ich bin auf dem Boden der Tatsachen nicht du. Du abgehebenes Stück. Ich glaube, ich bin in der nächsten Runde eh tot. Weg damit! Grand Final! Hallo, das ist an der Schräge nicht gerade praktisch. Lady, sind die gerade einfach verschwunden? Ja, die gehen in die Wand rein. Deswegen darf man die nicht an der geraden Wand entlang schießen. Hättest du mir das nicht sagen können, du Idiot? Tschüss! Was soll ich denn einem doch sagen? Ich bin tot. Sowas gehört doch in den Vertrag mit rein. Guck mal kurz nach links. Da ist irgendein Fehler. Wenn du den siehst. Das ist ein knick in der Optik. Guck mal, wo meine Leiche ist. Und dann guck mal, wo meine Waffen liegen. Die fliegen random weg. Das ist doch ein knick in der Optik. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wollte die übrigens nicht. Ich habe Fahren vollgeskillt und kam in null raus. Auch wenn ich Napan und ein Strohbo hatte. Ich habe auch Fahren vollgeskillt und komme da nicht raus. Nur werde ich was bei meinen Skills noch umändern. Hier und jetzt werde ich da was umändern. Ach, der ist Standardzone. Und, Vesis? Alle auf Ulias? Guck mal meine Lebin an. Dann siehst du, was sich geändert wird. Hast du gerade umgeskillt? Habe ich doch gesagt. Warum? Bei Baum. Ich habe nichts Gutes. Alle auf Ulias. Äh. Nein. Äh. Das. Nein! Ich werde der Erste sein, der stirbt. Das kommen die auch genau zurück. Ich habe Leben. Welche Waffe nehme ich? Ach, probiere ich es mal so. Komm. Wow. Müsstest du ihn bewegen, hätte ich es nicht, hätte ich getroffen. Nein, du hättest trotzdem nicht erwischt. Aua. Ich hätte Schiefer in sein Gesicht. So, ich schieße jetzt einen Megabagger auf den. Einfach, weil ich jetzt nicht sterbe. Das ist mein Double Damage. Nein, meins. Ist auch recht sinnvoll. Pam. 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 162. Ich habe ein Crit noch zum Schluss gemacht. Jetzt bin ich RIP. Tschau, Leute. Okay, da mache ich erst mal fett Overcharge. Er hat das Portal genau über sich, wo ich hinschießen würde. Ich schieße jetzt eine Disco. Dies ist gut, dies ist gut. Ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste. Und ich verfehle auch noch nicht mal so krass. Ich habe getroffen. Aber trotzdem recht gut verfehlt. Ich vertraue auf meine Reptilienfreunde. Ach, schieß, hier ist eine Schlange drüber. Keine Schlange, eine Python. Ach, komm. Gehe mich der Schlange mal eine Chance. 110. Wo ging die hin? Also hier bin ich jetzt unschuldig. Ich habe nichts an meiner Flugbank geändert. Egal. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann mich hin. Er will dich zappeln lassen. Fries Granate. Ja, ich merke. Ich weiß, wenn ich schaffe. Nein, er muss auch Granate fressen. Nein, er muss auch Granate fressen. Ja, Doppelgranate. Das war Granate. Das war Granate. Ab in dein Loch. Granate. Ich werde sterben. Nein, einer wird sterben. Warum zum Geier lebe ich eigentlich noch? Weil der zu blöd ist. So, dann ist die war vor allem mal gelevelt. Der soll mich endlich hinrichten. Du hält, okay. Du bist der größte Scheißhaufen. Er soll mich töten. Du bist hält. Hm? Du nicht hält, du Korthaufen. Das war das Beste, was ich darüber schießen könnte. Warum habe ich wieder so ein Portal in meinem Gesicht? Weißt du was? Na, Kampf. Er kann nichts nicht hinrichten. Was er auch macht. Ich mache jetzt Overcharge. Horizon. Doch, wenn er einen Erdbeben hat, kann er mich hinrichten. Geld. Ich könnte dich hinrichten, wenn ich in einem Team. Ich renne jetzt einfach in den Rhein und benutze einen Dolch. Dolch. Ja. Wie gesagt denn Dolch. Ist die zweite Stufe. Also vom Schaden her sind die nicht wirklich unterschiedlich, aber die Reichweite ist höher. Das trifft jetzt schon. Damit wird er so ziemlich ins Gras beißen. Stirb. Er wird ins Gras beißen. Ich baue ihn noch mal nach oben. Ich habe überlebt. Ich habe mit meinen HP überlebt. Ich hätte mich hinrichten können, wärst du nicht in meinem Team. Ich hab mit Vorschläge. Für mich.